heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr die akt 1 herausforderung bei zon auto verstärkung lösen könnt bei der müsst ihr dreimal ein geschütz aktivieren mit munitions modifikationen und ich mache das dann immer so dass ich diese bei den ethernetter fahren weil die gehen ganz schnell und meistens habt ihr dann in dieser kiste diese items wenn ihr das gemacht habe dann markiert ein geschütz auf der karte und hier könnt ihr mit interagieren und dann diese modifikation dort platzieren das ganze müsst ihr dreimal machen leute ihr könnt auch das bei einem geschütz machen weil sobald der geschütz abgelaufen ist könnt ihr den wieder aktivieren und eine modifikation dort einfügen das war's dann mit dem video ich hoffe ich habe das video gefallen falls ja lasst doch ein like da und ein kostenloses abo um in zukunft nichts mehr zu verpassen danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao